MЁH Emm Emmaa Musik ist nervig Also solche Musik Es gibt Musik die ist schön, wie zum Beispiel The Sticker Brush Symphony, die ist schön Aber DAS was hier gerade läuft, ist nicht schön Ach, dann benutze ich dich halt Weißliches kleines Grubervieh Hallo Danke Oh Geist Stinknormale Sprites benutzt Was sollen die blauen Blöcke? Da ist kein Item drin Oder hat er es verändert, dass da jetzt ein Hammerbruder Kostüm drin ist Was noch mehr Cheat hier ist als alles andere So, hier brauche ich ein Silver P-Switch Den kann ich vielleicht oben finden Ich hasse Das Kranksein Wow Das war knapp Mach schon Der hat irgendwelche Probleme mit dem Wasser Also der, mein PC So Du 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 Jetzt brauche ich den Silver P-Switch Ich habe früher immer gedacht, die Iris wären Yoshi-Geister Du 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 Oh, wer hätte das gedacht? Wir brauchen das Sprungbrett also für was. Und hier ist Wasser. Wer hätte das gedacht in der Wasserhöhlenwelt? Hallo, hallo. Ah. Ich hasse geflutete Räume. Lala. Lalalalalala. Wow. Wow. Was sollen die blauen Boxen? Ach, bestimmt ist da irgendein Hämmer oder sonst irgendwas drin. Weil normalerweise ist in den blauen Boxen nix drin. Meines Wissens. Ist nur in den grünen und in den gelben was drin. Und in den gelben ist ein Pilz und in den grünen ist eine Feder. Und nur eins davon ist sinnvoll. Feder hat keinen Sinn. Feder ist Müll. Die ist voll Cheatty. Warum wollte ich mir dauernd Punkte? Ich weiß es nicht. Mossy Cove. Drei. 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 So, einschärfen. Hui. Ich hab gedacht, das wäre jetzt auch unter Wasser gesetzt. Wird's bestimmt noch. Da. Da oben sind Münzen. So, unter Wasser gesetzt. Wusste ich's. Warum hat Mario gerade so rumgeglitcht? So, wau 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 wau. Wau 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 wauwau. Warum glitcht Mario mal so rum? Okay hier brauche ich den Peacewitch noch nicht drücken. Äh. Ja, ist ja auch so einfach. Wow. Viech. Viech. So. Fich, Fich, Pein. Aha, grüner Block, also wäre hier eine Feder. Was passiert, wenn ich den hier drücke? Passiert da irgendwas Tolles? Nein. Wo geht's da oben rein? Oh man. Ja. Da 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 wow. Mit Waypoint und Arcoint. Ja ja. Ja, unter Wasser. Ninja. Unter Wasser, Ninja. Genau, ein Ninja, der tauchen kann. Genau. Das wäre doch mal eine Idee. Lala, stirb, Ninja. Strange. Wow. Okay. Er hat mir seit Ewigkeiten keinen... Wow, eine Münze. Seit Ewigkeiten keinen Pils mehr gegeben. Er sie oder es. Ah, da unten geht's rein. Das ist schwer. Okay, ich nehme hier den Schaden. Would you be fich. 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 Das ist ja auch ein Problem. Der ist schon irgendwie bescheuert mitzunehmen. Ich nehme ihn einfach mit. Wahrscheinlich werde ich ihn sowieso nicht mehr brauchen. Wofür auch immer der dann war. Weil hier gibt es ja nicht mal einen Secret Exit. So, dann geht es hier nach oben. Dann geht es da lang. Oh, wow, ein Labyrinth. Was für ein schweres Chuck-Labyrinth. Nein, das ist kein Chuck-Labyrinth. Und man kann sogar einen Chuck-Labyrinth cheaten. Nicht nachgedacht, oder was? Das war jetzt leicht. Oh, Mann! Jetzt! Mario! Mario! Hässlicher kleiner Klempner. Nee, 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 nee. Wow, der hat mir noch nicht mal was gebracht. Das war's für heute mit Let's Play Super Mario Omega. Es geht weiter um... Keine Ahnung wann. Wann ich Bock hab. Und Zeit vor allen Dingen. Und zwar mit dem Territory Castle 5. Bis dahin. Geh, go Leute! Und herzlich willkommen zurück zu... Let's Play! Äh, Dings da. Ähm... Super Mario Omega! Ähm, ja. Äh, Territory Castle 5. Da waren wir stehen geblieben. Und ich habe es schon mal gespielt. Der Speicher von meinem, ähm... Wow. PC war voll und ich hatte mein Mikro aus Versehen nicht runtergeklappt. Ähm, und ich kann dieses Schloss einfach nicht leiden, weil es auch unter Wasser gesetzt ist. So wie alles in dieser Welt. Hilfe. Wow. Das war krass. So, ähm, ja. Äh, das ist lustig. Und, ja. Ich werde auch bald wieder meine, ähm... Wii-Projekte aufnehmen können. Weil ich ja nicht mehr so richtig verschnupft bin. und was auch immer. Warte weiter ab! Swim. Laaaaaa! Laaaaaaa! Laaaaaaaaaaaaaa! Hmmm, da oben wäre irgendwas in der Pipe gewesen. Bewegt euch! Bewegt euch! Oh, schade kein Pils. Wow! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich könnte jetzt nochmal einen mitnehmen. Einen von diesen hässlichen Blöcken. Dann gäbe es vielleicht, da gab es glaube ich noch was oder auch nicht. Ich hole mir hier noch einen zweiten Pilz. Weil Pilze lecker sind. Na, da, 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 da. Nein, stimmt ja, das war kein Secret. Das sollte man ja machen. Das war ja ein Muss. Ja, und das hier ist finde ich auch ziemlich schön gemacht, weil, halt, weil, ja, das ist auf den Burgmauern mit einem schönen Yoshis Island Background. Ja, und hier habe ich Leben gefarmt, wartet. La, la, la. Warum warst du wegen Suprise-Invitations weg, du hässliches Dings? So, den will ich erwischen. Und dann will ich den erwischen. Und dann will ich den erwischen. Und dann will ich den erwischen. Ah, nein, dann will ich, nein, dann will ich den erwischen. Ah, mehr kriege ich leider nicht. Ähm, gib mir mal deinen Panzer, Rota. Ich mag den roten Panzer am meisten. Nicht nur mit Yoshi. Weil rot einfach orange am ähnlichsten ist mit gelb, aber gelb ist hässlich. Und orange ist eine tolle Farbe. Orange ist meine Lieblingsfarbe, müsst ihr wissen. Und deshalb nehme ich sie auch gerne, sobald es geht. Also bei Super Smash Bros. Brawl, da sieht orange oft hässlich aus. Und vor allen Dingen bei Bowser. Ich hab schon gedacht, ich will unter Wasser gesetzt. Wow, was mach ich hier? Da ist nur der Midwaypoint. Ach, egal. Ich hol mir den Midwaypoint. Wop. Hässliche Teile. Da, 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 da. Jetzt bin ich unter Wasser gesetzt. Mit meiner Shell. Sowas könnte man in einem Kaizo-Hack, hatte ich, glaube ich, da gesagt. Bei der fehlgeschlagenen Aufnahme. Sowas könnte man beim Kaizo-Hack ohne Wasser bringen. Sieht gut aus. Also, es wäre schön schwer. Okay, dann muss ich halt in die Rille. Oh, das geht vielleicht mit dem Panzerschwerter, oben in die Rille reinzukommen. Das geht auch gar nicht. So, danke, Mario. Ja, das wäre echt eine gute Idee, dann hier so mit auf den Tails da. Ah, stimmt ja, ich kann mich nicht ducken. Mann. Egal, ich muss hier... Ah, das nervt. Hier muss man klein sein. Das nervt total. Das nervt, aber total sozial. Warum kommt ihr? Ihr dürft nicht kommen. So, ähm... Ein paar... Äh, paar... Ein paar hässliche Morgenstern-Teile und schon ist mein Panzer weg, weil ich durch eine Tür muss. Achso, ich hab schon gedacht, wie soll das denn jetzt gehen? Da, 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 da. Ja, 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 ja. Wer setzt sein Schloss unter Wasser? Welcher Boss war hier nochmal? Welcher Boss hat sein Schloss unter... What the legs? Okay. Also, so wie es aussieht, wäre ein Level-Cut schon fällig, aber das ist mir jetzt erstmal relativ Rille. Oh, da, oh, baum. Baum. Tada, dada. Ja. Wendy mal wieder. Warte, das schaffe ich. Das schaffe ich noch. Und zwar so. Nein, das schaffe ich doch noch. Das schafft man. Hallo, es geht. Sicher. Sicher geht es. Ich hab's doch schon geschafft. Hallo? Hässlich. Die nervt mit ihren hässlichen Bewegungen. Was macht mir da denn Schaden? Ey, die Hässliche. Du Hässliche. Du Hässliche. Du Hässliche. Was macht mir da Schaden? Was macht mir da bitteschön Schaden? Ja, klar, am anderen Ende. Danke. Wendy, oh hässlich. Danke, dass du tot bist. Was war das? Was hat mir das Schaden genommen? Ihr dürft den Text wieder selbst lesen. Bla, bla, bla. Bla 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 bla. Ja. Warp Pipe. Mh, 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 mh. Das sind natürlich auch Standard-Grafiken mittlerweile. Hm... Lalalalalalalalalala STIRBE! Bäh! Wow! Hey, Hammerbrother! You've got to die! You have to die! You ugly guy! Muhar! So, um... Nope! Monty-Mowell! Monty-Mowell! Ja, Monty-Mowell! Das ist Monty-Mowell! Das ist nicht Monty-Mowell! Das ist Monty-Mowell! Und ich muss mal kurz schneiden! Wir sehen uns dann wieder! Ich weiß, ich habe erst sieben Minuten aufgenommen! Aber ich werde unterbrochen bis dahin!